Erinnert ihr euch noch, früher als ihr in den Comp reingegangen seid und wusstet, ja man, ich kann grinden für ne Luna, für ne Not Forgotten, für ne Recluse, ne Widerruf? Endlich, endlich ist dieses Feeling zurück, denn die Rose ist in der Comp-Playlist drin. Ihr könnt sie bekommen, indem ihr eine Quest von Shaxx abschließt, wo ihr 7 Comp-Matches machen müsst, danach geht ihr zu Shaxx und bekommt sie. Habt ihr, so wie ich, gestern schon abgeschlossen, wo der Quest, der verbuggt war, bekommt ihr sie random nach einer PvP-Match. Zumindest ging's mir so, Quick-Bildereien, ein Match gemacht, dann ist die Rose gedroppt. Und ich kann euch sagen, oh mein Gott, richtig geile Handkern. Ihr wisst, sie ist eine 150er-Verheirate gewesen, früher ist jetzt 140, aber hat noch das leichte Gehäuse von 150ern. Richtig, richtig stark und vor allem ein Roll, ihr seht's, Messsuche, Perperto Mobile, verbesserte Geschosse, Kleinkaliber, so ein nicer Roll, nur leider mal wieder Nachland-Tempos Masterwork. Ich hasse es langsam, lang, also come on, kann ich mal ein anderes bekommen, bitte. Aber sonst ist das für mich fast schon 4 von 4 Roll. Perperto Mobile würde ich vielleicht noch austauschen, aber der Rest ist genau das, was ich haben wollte. Richtig, richtig nice. Und ich kann direkt sagen, sie fühlt sich unfassbar gut an. Einen der cleansten Handkerns, die ich seit Ewigkeiten getestet habe. Richtig, richtig nice. Dazu habe ich hier Igros Mod drauf, denn normalerweise hat sie aus der Luft 20, mit Igros Griff hat sie 35, plus ich spiele noch einen neuen Mod. Und zwar Flurkompensator, ich weiß nicht wie viel der gibt, aber ich kann sagen, aus der Luft hat sie sich auch ziemlich, ziemlich clean angefühlt. Ich kann jedem nur empfehlen, mindestens diese 7 Matches zu machen, sich die Rose zu holen und sie einfach mal auszuprobieren. Natürlich, wenn ihr einen geilen Roll habt, umso besser. Von daher, ich höre jetzt auf zu reden, ich bin so gehypt, aber die Gameplay, let's go! Du hast deinem Gegner das Licht ausgepustet. Zwei für ein. Oh, das wird er. Zwei für ein. Gupi. Gupi. Oh ja. Der lag ein bisschen, bin ich dumm. Den nehme ich auch mit. Zwei für ein. Oh mein Gott. Aim ist noch nicht so clean. Überlebt das. Alles gut. Die Range ist so überragend. Millie, please! Ich hab doch Knockouts! Hallo! Es fühlt sich so weird an, weil sie so schnell ist. Weißt du, wie ich mein? Muss ich echt sagen. Alle anderen Handcans, die du spielst, sind halt 140er, sind nicht so schnell. Es fühlt sich weird an, aber halt im guten Sinne. Weird. Gewöhnungsbedürftig. Ob wir dran gewöhnt, wenn du dich hast, ist die mega nice safe. Ich bin ein Shot. Let's go! Nicht rausschieben! Ja, ich bin da voll rein. Ah, Trade! Überragende Range. Noch einer war hinterlich ne Edgnade, ja? Ja. Überragende Range. Ja gut, ne? Lass wir links rein. Gott, der war unter uns. Eine Einheit. Das sehe ich gern. Mit dir im Feld. Kann sich kacken. Jo, man hört sich das Geld. Hallo. Schade. Du kämpfst um diese Zonen wie ein Tier. Bringe deine Seite. Also ich hab so viele Seraph-Schlüsse her und ich weiß nicht wohin damit. Warte mal, ich hab ihn nicht. Okay. Alles gut. Alles wunderbar. Müsst du mal nachladen, bitte. Okay. Ah, lol! Ha, 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 ha! Ich brauch dieses Clip. Oh mein Gott. Ich hab einen. Oh, das war so clean, da so oben. Einen Schuss habe ich noch. Mal gelogen. Oh Gott, guck mal. Zone A erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zwei für eine. Nachladen. Ha! Also so ne kranke Range mit meiner Suche. Du hast den Zonenvorteil. Okay. Zwei für ein. No! Nein! Oh! Damn, das war so gut. Ich lieb die Handkern, ich lieb sie. Fühlt sich so unfassbar gut an. Das Gewöhnungsbedürftige geht sehr schnell weg. Mit dem schnelleren Move, weil 150er Frame, aber 140er Feuerrate. Damn, die fühlt sich so nice an. So clean. Ich lieb sie, ich lieb sie einfach. Und mit Messore endlich mal genügend Range auf ihr. Richtig gut. No, daneben. Noch einer. Ja gut, ne? Let's go, nice. Was? Was? Ah, ich hab ihn, oder? Doch. Fuck! Fuck! Ah, okay. Durchmeldet. Wenn er mich aus der Luft schnappt, flippig aus, Alter. Zweifach erwischt. Oh, ich miss wieder den letzten Shot. Mann! Pass. Mach ihn. Du kämpfst wie ein Fahrer-Titan, zweifach erwischt War das der Einzige hier? Nee, oder? Schon ganz zu spät In die Mumpenwaffe rein Gott, ich hab ihn nicht mehr gefunden Ich dachte, er ist hochgejumpft, ist er nicht Ja, hab Ikos drauf Und es funktioniert wunderbar mit dem neuen Mod Ich treffe ihn aber nicht Oh ja, hab ich gerade wirklich gemacht Einer nach dem anderen Zweifach erwischt Du hast Zone-D eingenommen Ich hab den anderen Welchen? Zwei für ein Alles gut Ich darf nicht rutschen Oh mein Gott Und nachgelassen ist gut Okay Ah, ich kam nicht mit dem Schild Ich bin dabei Und auch noch perfekt Schade, der wollte nicht Ich bin dabei Lieg bei dir Zone A verloren Ein Einsatztrupp Geht durch Kick und in Zone C erobert Der Zonenvorteil Lieg bei dir Alles gut Alles gut Seid auch Alter Ich beneide deine Stärke, Tita Powerplay Lass nicht nach Nein Oh mein Gott Das hat ihm nicht gereicht Oh mein Gott Diese Kack-Screen in der Mitte Ich seh den Gegner nicht Mann Du kämpfst um diese Zonen wie ein Tier Bringe deine Freunde vorbei Ich brauche mehr von deiner Sorge Sad, ich hab so rasiert Dann reingeschissen Dann wieder so rasiert Ah, ich lieb sie Bu Mängin Alle So Die Mängin Faktor